Wird Ihnen präsentiert von DIJOYO MEIN POOL Frau Satsch, es wird wild bei Schleich dieses Jahr. Ganz genau, wir beginnen im Januar die Reise um die Welt mit unseren neuen Wildlife-Produktlinien. Wir haben zwei neue Charaktere, das sind Tom und Ted. Hier beispielsweise im Helikopter unterwegs oder auch in unserem neuen großen Rettungstiertruck. Das Erdmännchen und der Mandel. Genau, und die erleben ganz tolle Abenteuer. Und die Reise beginnt im Januar und endet in ein paar Jahren, wenn alle Kontinente und Abenteuer erlebt worden sind. Okay, und jetzt sind wir wahrscheinlich erstmal in Afrika unterwegs. Ja genau, hier sind wir in Afrika. Hier haben wir auch ganz toll neue Produkte, die Dromedare. Okay. Das sind ganz neu. Das gab es noch nicht? Das gab es vor ein paar Jahren, haben wir jetzt neu aufgelegt, auch neu modelliert und sind auch ganz neue Einzelfiguren. Ich habe ja bei Schleich immer das Gefühl, also alles was mit dem Rücken zur Sonne lebt, gibt es auch als Schleichfigur. Fast. Ich würde mal sagen, wir decken 85 Prozent aller wilden Tiere ab. Ja Wahnsinn, toll. Ganz genau, ja. Und dieses Frühjahr geht die Reise nach Afrika. Richtig, ja. Im Januar starten wir in Afrika und dann was in 2021 passiert, das darf ich noch nicht verraten. Aber ich hoffe, Sie besuchen uns dann wieder nächstes Jahr und dann kann ich Ihnen ein bisschen mehr erzählen. Aber ganz bestimmt. Sehr gut. Vielen Dank fürs Erste. Danke. Wurde Ihnen präsentiert von Juhu! Die Joyeaux. Mein Pool.